Hey, was ist das hier krasses? Nehmen Sie sich bitte etwas aus den Automaten. Ja doch. Geh mal her hier, Wasser, los. Na, habe ich jetzt, was habe ich denn, wie viel habe ich denn bekommen? Nicht so viel. Okay, wo kam ich jetzt her? Das sieht ja aber ein bisschen kaputt aus, Junge. Da müsst ihr doch mal ein bisschen aufrollen. So geht das nicht. Das kann ich nicht gut heißen. Wo kam ich denn her, Mann? Hier kam ich her. Da gehe ich weiter. Ich sehe leider nichts in dem Spiegel. Kann ich nicht draufdrücken. Was soll das sein? Ein Hund oder ein Typ, der am Golfen ist? Erkennt man doch, oder? Der in klare gehörten Präsidenten, Mitglieder des Verteidigungsgremiums und preisgekrönte Wissenschaftler an. Die Beitrittsbefragung ist ein freiwilliger Teil der Beurteilung. Oh, jetzt quatschen alle. Oh, jetzt quatschen alle. Wenn Sie sagen, dass Ihre Stärken eher handfester Natur sind, können Sie natürlich auch an unserem Terminal mit dem nächsten Abschnitt der Beurteilung fortfahren. Was? Modus-Terminal. Das ist doch auch ein Modus-Terminal. Oder Befragungsterminal. Was wollen die von mir? Ich gehe mal hier. Warte mal. Halt, 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 halt. Also, was will der jetzt von mir? Sie haben also kein Interesse an der Befragung. Nun gut. Zum Glück gibt es eine weitere Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten unter Beweis zu retten. Ja, ich bitte... Dann befrag mich doch in Früh, ey. Einige unserer wichtigsten externen Verbindungen wurden durch die Streitereien zwischen unseren ehemaligen Bewohnern beschädigt. Das macht unsere Vorstöße in die Welt da draußen etwas mühsam. Oh, Quatsch. Nicht so lange, Junge. Aber wir haben einen Plan aufgestellt, um sie wieder zu festigen. Ah. Einen Plan, bei dessen Verwirklichung Sie uns helfen könnten. Gehen Sie bitte zur Ausgabe. Welche Ausgabe? Hier. Dieses Band ist der erste Schritt hin zu unserer Wiederherstellung. Wir möchten, dass Sie es zu einer alten Marineabhöranlage namens Sugargrove bringen. Sugargrove? Wenn Sie es in ein beliebiges Terminal in Ihrer Funkaufklärungszentrale einlegen, können wir uns mit Ihrem eindrucksvollen Netzwerk verbinden und ein Stück archivierter Technologie entdecken, das aus unseren Speicherbänken gebracht wurde. Wieso komme ich hier verdammt nochmal nicht hier rein? Ja, ja. Wahrscheinlich wird die Anlage auf Ihr eindringen. Reagiere. Wir hoffen, dass Sie eine Möglichkeit finden werden, dies zu bewältigen. Reagier du mal. Sehen Sie es als Test Ihres Einfallsreichtums an. Jetzt ist es also an der Zeit zu sehen, wozu Sie imstande sind. Alles klar, du Flöte. Hast du dich jetzt nicht ausgequatscht? Wo? Systemzugangsband auf einem... Ach! Guck mal! Sie gehen Systemterminal hoch, da muss ich doch... Wo muss ich denn da nochmal hin? Alles das gibt es doch nicht hier, oder? Hey, mach mal auf hier, du Flöte! ... Siggint Siggi Wo finde ich denn ein Sigg-In-System-Terminal? Jetzt frage ich mich Guten Tag So Siggi hier bei Sugargrove, Daddy Das war ja total beschissen Da waren wir ja schon Da könnte ich mal eben hin Hier muss ich auch noch technische Daten ablegen Ich kann mich dann erstmal hierhin teleportieren Dann kostet es nicht so viel Aber dafür, wenn ich jetzt gerade mal hier bin, würde ich sagen Gehe ich mal kurz hierhin So Und mach mal den mal eben zu Ende Warte, ich bin überladen Ach, das kann aber auch nicht sein, Leute Was redet ihr denn da? Falsch Immer diese Anspielung, dass ich fett wäre, Mann Södele Ähm Sind wir immer noch überladen? Nein, das ist gut Rivermoon Rivermoon Coffee Wollst du eine extra Wurst? Eine extra Wurst? Willst du eine extra Wurst? Ja Viele Muni haben wir nicht mehr Ich muss mal Lohmann Muni machen Freunde Freunde, Freunde Hä? Warte, wie bist du denn hier runtergekommen? Pam, in den Kopf Oder so Wie schnell hier Platz sind mittlerweile Das ist ja lustig Moin Wenn man den mal treffen würde So Mal eben den Schleier der Verdammnis aufsetzen Nicht mehr Wo haben wir das denn? Schleier Hey, muss ich rüber? Zugang zum Büro der Oberen, ne? Ist doch richtig hier unten Eigentlich Hä? Hä? Huch Willkommen zurücksucherin Jo, jo, moin So So, hier Anmeldung Ähm Hä? Wo kann ich mich denn... Anンタrieren Maßnahmen? Ähh Äh, ich... Ich hier Sehr schön Förderung autorisieren, auch gerne Hä, ich bin nicht da, shit Ne, wieso Notizen, ich bin ja schon höher Ne, ich bin ja, Alter So, das Büro der Oberen Da gehen wir jetzt mal hin, hier endlich Können wir jetzt hier rein So, der Typ, der hau ich hier rein Steht da noch, achso, der war bestimmt schon hier drin So, hier, Klemmenbretter Oh, mein Licht Ganz viele Klemmenbretter Ein paar Aktenschränkchen, ein Save Komm, ach, fast, ey, was da hinten Oh, so Ah, ja Was, das ist alles Den linken Arm, deinen Holzarm kannst du behalten, hör mal So, was gibt es hier Vom Achso, was muss ich machen Durchsuche das Büro, ja gut Wieso hätte es eigentlich nicht laufen sollen Und vor zwei Monaten habe ich Äh, Cyprus kopiert Und an die Raider übergeben Rachel hat es schließlich mitbekommen Und Eve davon erzählt Als ich heute Abend zurückkam Tja, es hieß Sie oder ich Also habe ich sie getötet Äh, ich habe sie Alle getötet Was? Oh, alles klar Es ist endlich vorbei Ich werde den Orden verbrennen Das Haus, einfach alles Bis auf die Grundmauern Und wenn du das hier Erhältst Und mich wiedersehen möchtest Triff mich an meinem Geburtstag An unserem ganz besonderen Ort Du schuldest mir noch eine Reise Okay Interessant So war es das dann Warnung! Schildliche Daten entdeckt. Alter, was? So, ich gucke mal, ob ich hier ein... Kurz nach Mitternacht gab es eine Explosion. Vielleicht kriege ich ja hier irgendwo die Information. Lila, la, irgendwas hier. Kontrollpunkt. Nö. Missionsbericht. Klarissa hat totgefunden, ist die Frage, wo die sich hinbegeben hat. Achso, das war das doch gerade. So. Ich habe Hilfe nun zur neuen Herren der Novizin ernannt. Aha. So, aber kein Hinweis hier. Keine Location. Allison begraben. Okay. Von Somerville bis nach Hause. Somerville vielleicht. Ah, Trainingsprogramm, ein Holoband. Hm. Olivia, Olivia, mein Kind. Was hast du getan? Ich werde mich mit ihr treffen. Und wenn dies irgendwann... Ja. Ja. Okay, ja, keine Ahnung. Missionsplan. Filtration von Placent Valley. Okay. Ich gehe mal als Herr in den Oberen rein hier. Finde den Treffpunkt. Was weiß denn ich, was hier optionale Hinweise... ...auf den Treffpunkt sind. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Ja. Hm. Tja. Ja. Keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Hier werde ich wohl auch kaum was finden, ne? Kann ich hier noch irgendwas irgendwo auswählen? Was sind wir uns berichten? Hm. Was gibt's da nicht? Wo soll ich da jetzt hin? Wo mag der Treffpunkt denn sein? Kann ich das eventuell irgendwie logisch... ...nachvollziehen? Äh... ...p Когда... ...dem... ...hm... 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 Aufnahme der Ratskammer hinzugefügt. Okay. Ich will mir das mal anfangen. Vielleicht finde ich da ja was. Polos. Aufnahme. Finde ich das unter R, unter Ratskammer. Achso, Ordnung des Thüringen. Aufnahme des Rats. Geben wir sie jetzt einfach auf? Natürlich nicht, aber wir sollten Rettungsteams ausschicken. Dreier- oder Vierergruppen. Sie können es bestimmt nicht mit uns allen aufnehmen. Uns fehlen auch so schon Leute. Wir können nicht jede auf die Suche schicken. Verdammt. Das ergibt alles keinen Sinn. Wir kämpfen seit Jahren gegen diese Dreckskerle. Tja. Jede von uns könnte einen gesamten Raider-Trupp alleine erledigen. Die meisten haben das sogar schon gemacht. Und jetzt sind wir plötzlich diejenigen, die ausgelöscht werden? Warum? Was hat sich geändert? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen weitermachen. Eve, ich möchte, dass du das Trainingsprogramm intensivierst. Die jüngeren Mädchen müssen sich verteidigen können. Natürlich. Olivia, beobachte das Anwesen. Melde dich sofort bei mir, wenn du irgendwas Verdächtiges siehst. Klar. Ich meine es ernst. Keine Spielchen, keine Verfolgungsjagden. Ja, hab's verstanden. Alle anderen? Ich werde heute Nachmittag eine neue Mission aufstellen. Ich weise sie noch niemandem zu, aber ich möchte, dass ihr sie euch anschaut. Okay. Wenn jemand eine bessere Idee hat, kommt in mein Büro. Wegtreten. Das hat mich hier jetzt auch nicht weitergebracht. Ich weiß es leider nicht. So, kann ich hier irgendwas herstellen? Warte mal. Achso, vielleicht soll ich erst mal gucken, was mit Weinen Waffen ist. Ob ich die irgendwie reparieren muss oder so. Check mal out hier. Der Aketenwehr sieht ziemlich mitgenommen aus. Den könnte ich theoretisch reparieren. Oh, was? Äh, verwerten. Ansonsten. Stabilisator. Ich weiß auch nicht. Ah, komm, ich behalte ihn mal. Weil ich 15 Raketen noch dabei habe. Verdammt. So, herstellen. Munition. Munition. Ein bisschen was davon. Okay, das war's. Das war's, aber ist ja besser als nicht, ne? Das ist auch nur Herstellungsterminal. Hier kann ich natürlich nichts herstellen. Ich hab ja schon alles hergestellt. Verdammt, ey. Wo soll ich denn hier... Hä? Da wird doch auch nichts angezeigt. Hier vielleicht noch? Nee, keine Ahnung. Ich geh mal hoch. Hallo? Ja, was ist denn los? Mach mal schneller hier. Das dauert ja. So, da ist irgendwas. Guck mal einer an. Da ist die Garage. Leck mich. Und hier? Und hier? Was? Was? Ab hier ist noch einer. Mann! So, wie komm ich hier hoch? Das ist auch mal aus. Kein Kopfhörer, hör auf. Nee. Cool. Warte mal. So. Kann ich jetzt mal ein paar Minuten für mich. Das wäre sehr schnieke. Das würde uns allen sehr weiterhelfen. Was war denn hier? Abschlussparty? Dipp, 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 dipp. Fanpost? Äh, meine Lieblingshelden? Ja, das würde es mal nicht sein. Warte mal. Hier, persönliches Teigbuch. Ach, lebt mich doch. Das hatte ich doch gerade. Gästehaus. Vielleicht ist es doch die Fanpost. Hier hatte ich doch auch schon reingeguckt. Hier soll ich das finden? Bin mir da nicht so sicher. So. Ich gucke jetzt flott alles durch. Come on. Achter, siebter. 21.10. 22.10. 6.10. 22.6. Warte mal. Campingurlaub. Serena Rocks. Keine Ahnung. LA, bla bla bla. Was kann doch nicht wahr sein. Nee. Was ist das? Gästezimmer-Terminal. Oh, das nehme ich natürlich mit hier. Den Interwelt, ne? Ja. Ey, das gibt es doch nicht. Wo soll ich denn jetzt noch was finden? Spielzeug, ey. Nehmen wir natürlich alles mit. Das ist ihr Terminal. Wenn nicht hier, wo dann? Studienterminal. Ich gucke einmal hier. Miss Rivers. Bolivia. Wer möchte tauschen? Häuserliche Pflichten. Das ist doch scheiße. Oh, warte mal. Da unten ist vermutlich der Ausgang. Ja. Und da ist vermutlich auch ein Ausgang. Was haben wir hier noch? Ach, scheiße, ey. Könnte sich denn hier was Interessantes finden? Nee. So was Blödes kommen wir hier immer in die Garage. So, ist ja auch nicht so schlimm. Hoffe ich. Ich hoffe, wir finden das auch so. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendein Ski-Resort ist, oder? Vielleicht auch Top of the World. Was? Wo geht's denn hier raus? Hier geht's wieder rein. Hier geht's raus. Moin, Lungs. Aber ist, äh, ein bisschen verzögert alles hier. Was ist hier los? Ja, wo kommt die nachher? Hm. So. Will ich nicht. Junge. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt genau hin muss. Das werden wir vielleicht noch rausfinden. Wir gehen jetzt mal hier hin zurück. Und, äh, ja, zum Camp. So, ich weiß nicht, habe ich irgendwas, was ich hier ablegen muss. Ähm. Das Giftmisch-Mischers Metallrüstung. Interessant. Interessant, interessant. So, von hier gehe ich mal eben hier zum Camp Winter.